Ja, hinten gehen wir wieder beim Vorhaben, wenn es noch mal so gar nichts geht. 3? Schmeiß ihn jetzt hier mal weg. So, dann gehen wir mal ein bisschen hier weg. Ein bisschen weg, Carla. So, und dann einmal Feuerballer drauf, dann wird es. Nicht funktionieren. Ja. Okay. Dann schmeißen wir noch einer... ...unterher. Jetzt ist mir zu. Melda, kannst du mich hören? Melda! Finally! Finally! Worthless slaves! Your incompetence has been my ruin! Nee, does not fail. Nein! Hm. Hm. You care for the weak true soul. Aber sowas... I'm curious. Hm. Mir egal, mir gefällt euer Gesicht nicht. Ha! 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 Ha-ha! Ha-ha! And yet you came to my aid... ...a test... ...yes, you must be. The Absolute bade you to try nir's faith. Thrin... ...carave out his heart and serve it to the rothe. If he indeed is a true soul, let the absolute save him. Stichwort. Zeit für die Bezahlung. How vexing. Nyr is not without mercy, true soul. The Rat has given you a chance to earn my favor. Strike him down. Prove your faith. Nö. Heretics. Let Nyr be your end. I'm just curious. There are a few who are still against us. Okay. Hmm. Hmm. Da hinten ist der. Damit würde ich vier Leute reinkriegen. Ich weiß noch nicht, ob es auch meine eigenen betrifft. Aber ich mach's einfach mal. Ich speicher mal. Und guck mal, ob das irgendwie böse endet. Hmm. Ne. Nur die bösen. Perfekt. Und wir haben sogar sechs Leuchtkugeln gekriegt. Deine. Fresse mich. Oh. So. Ja. Dann, ähm. Kann sie nichts mehr machen. Glaube ich. Passiv haben wir alles eingestellt. Die könnten wir noch mal Hast vor Nebelschritt machen. Oh. Brauchen wir einfach nicht. So. Was ist da? Ähm. Das kann jetzt zu dem Vorteil sein. Ich darf nicht mehr da sein. für mich wieder aussehen. Hm. 60% gegen ihn hier. Damit ist er hin. Sehr schön. Der Sneer ist ja auch schon fast tot. Ah hier ist auch noch einer. Das war gut. Ich habe den Kampf bis jetzt immer nur gemacht und alle kriegen mich gehamt hier. Das ist dann natürlich immer ein bisschen scheiße. Einmal den Bär bitte. Einmal hier. Oder zweimal. Ich weiß, dass du das kannst. Ziel Nummer 1. Das wird uns echt scheiße jetzt. Dunkelheit ist auch kackiert. Wir machen erstmal Rage-Rounds an. Dann gehen wir hier raus. Und dann gibt's Kazala würde ich sagen. Ich weiß, dass du das kannst. Kleinert, ok. Kritischer Fehlschlag. Aber da stehst du eigentlich scheiße. Schild der Scheiße. Was macht denn dieses Schild der Schreie? Wir werden es gleich erfahren. 40% Und tot. Hihi. So. Ähm. So. Hier in den Grease rein ist auch scheiße. Ich genüge Bewegungsreichweite. Wir stellen uns mal in die Dunkelheit rein. Dann können wir zumindest nicht angegriffen werden. Aber wir könnten auch. Aber das geht nicht. Ähm. Das schmeißen können wir nicht mehr. Wir müssen die Dunkelheit loswerden. So. Da ist sie weg. Sehr schön. 94% für den... Kleiner Buhn. So. Wen haben wir denn jetzt noch über? Nichts wichtig ist immer einfach. Da oben ist noch einer. Hallo. Nein. Nein. Das ist gut. Nein. Das ist einfach nur riefgeklettert. Ich dachte wenn wir jump da jetzt so. Das wäre geil gewesen. So. Eins. Zwei. Wasana? Wow. Irgendwasam. Er weiß nicht anders spielen. Kehlschlag bei 60%. Aber gut, der hat ihn noch bei 40 getroffen, von daher. Alles gut. So, sind noch welche über? Wo sind denn noch welche? Was ist denn? Ach, du bist unsichtbar. Oh, das war böse. Hör auf mit dem scheiß Grease. Das macht irgendwie die Gegner stärker als uns. So, Kala liegt am Boden. Hmm? Still on my feet. What path lies before me? In den Grease rein. Zack. Und schon am Boden. Was ist mit den Sklaven? Hmm. 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 Was macht die Türme von Molderfrenk so gefährlich? Goblins, Drow, Gnolls, sogar Menschen, es gibt niemanden, sie werden versuchen zu schnauern. Die Art, wie ich das sage, ist ein Prick, der nennt die Schotten. Der General, Nier, nennt ihn. Und es gibt niemanden, dass ich lange genug bin, um ihn zu treffen. Was ist für eine Diskussion? Hm. Glittering gods! Ich sollte es wissen, dass dieser eine zu schnauern ist, um zu sterben zu sterben. Hier, die Ironhand Gnomes honoren ihre Schulden. Das ist Wobrun. Die Moonrise Towers. Wir waren nur Slavehands zu dem Kult, aber nicht Wobrun. Er kennt Dinge. Dinge, die sie auch wollen. Was hat er sich selbst mitgemacht in jetzt? Hm. Ihr fragt, nein, die stehen nicht drin, Rettung zu sein. Na, Quatsch. Das ist meine Kult, will ich wieder das Gegenteil. Ja, komm hier. Muss drin sein, oder? Speichern. Easy, easy. Hmm. Hmm. He just made sense of the formula, when the Kult jumped us. So, he burned the damn thing. If there's a single copy left, it's sitting in his head. Those absolutists pull it out and make rune powder. They could flatten the hole of the sword coast. Ja, das finde ich so geil. Not long enough. My people can barely stand. And we have business back in the city. That business is what sent us after the powder to begin with. Now, we'll have to make other arrangements. And just like that, you'd leave Wobrun behind? I knew you lot were foolish, but I didn't know you were cruel. If you knew half as much as you think, my lad, Wobrun might have kept you around. Hmm. 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 Wenn wir zum Mundaufgang kommen, werde ich sehen was ich für den Mund. Ja genau das ist gut. Ja hoffentlich. Ja. Ja, was sie gerade sieht. Ja, was sie gerade sieht. Hm, alleine? Hm. Hm. Freund, Singular. Ich schaue für Wolbrin. Wenn jemand anderes zu helfen sollte, dann Bully für sie. Dann muss ich wohl ein drittes Mal retten. Hm. Dann muss ich wohl ein drittes Mal retten. Und, äh, gib mir Zeit zu denken. Hm. Hm. Fine. Show me where to go and I'll try my luck. I'll have a better chance of rescuing Wolbrin if I'm at my best. Und, ähm, thank you. It's my chain. I wouldn't have it any other way. So, dann müssen wir uns jetzt noch nie das Kopf holen, ne? The decaying corpse lies before you. The head breaks off cleanly from the drowsed body. So, was hat er denn sonst noch dabei? Eine Spinnen-Lyra. Spiele die Lyra der Spinnen. Hm, was macht das? Für die Massen, um andere anzuziehen und zu erfreuen. Okay. Kaputte Mooslatt, ja. Come on. 2.100 Gold. Nee, vergiss es. Einschüchtern. 15. Ach du Schande. Easy. Fürchte den Barbar. You've convinced them. For now. But transgress again. And no amount of talking will get you out of trouble. Oh. Keine Ahnung, warum das Diebstahl war jetzt bei denen. Oh Gott. Peltron. Are you alright? Ich bin ohne Ende, ne? Nun, du mir nicht. Teufelsfolienmaske. Das darf ich wieder nicht nehmen. Fackeln darf ich. Ich will nicht. Schadet ihr nicht. Fackel. 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 So. Die haben wir schon. Die dürfen wieder alle nicht. So. Hier ist noch ein Gnom und hier ist alles voll Gas. Ok. Wollten wir lieber nicht reingehen, wa? Wo geht's denn hier lang? Ja, da ist ein Heiltrank. So. So. Weißt was? So. Weißt was? Weißt was? So. 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 Hier kommt man nirgendwohin. So, warten wir oben. Oh, was tolles. Weißt du, müssen wir jetzt mal ne lange Wast machen gleich. Ah, hier ist noch jemand zu hinten. Tja. Ähm, Trank der mächtigen Heilung. Ja, bitte. Antibiotus, the element of surprise, into my pocket. Hm? Dread lightly. So, ist wieder der Händler. If I must. The true soul. The battle. Too many distractions. There is still truth to uncover. Ja. Let's see what you've got. Mehr Zeug. Ob sie alles haben. Ähm. Hat er zu wenig Gold. Ja. Da muss ich den anderen Händler wohl noch mal finden. Wo ist denn der her? Du blieb. Ja, bestimmt hier oben noch irgendwo. So. Oder ist er jetzt einer von den Toten? Ne, das ist der hier, ne? Das ist mein Job. Ich habe große Pläne. Ich habe große Pläne für uns. Ich habe große Pläne für uns. Es gibt niemanden für die Clan Flameshade. Okay, der herandert nicht mehr mit mir. Der ist jetzt nicht so cool wie ich. Na ja. So, dann gehen wir mal hinten zu den anderen hin. Wo wir eben schon mal waren. Und dann machen wir da eine kleine Rast. Finde ich so. Bei diesem komischen Tierchen hier. Hier. Guck mal, die sind auch weg. Ah ne, die doch doch da sind. Alles klar. Gut. Dann machen wir hier mal einen Rast. Und wir müssen ja auch noch den Kopf zurück bringen, ne? Aber das machen wir wohl dann woanders am besten. Ähm. Ähm. Nix. Doch. Nur werden wir uns beperrt schon. Mal nicht. Aber. Wir gehen along quite well, I think. mal wieder auf dem Punkt jene Stolbe, moment. Der eine hatte doch infernales Zeugs thing? Man ist finde ich aber so leicht hier. Der eine hatte doch infernales Zeugs, ne? Vielleicht glaube ich, knibbelisch mir das nachher noch. Hier haben wir den Gnom. Der ist jetzt neu hier, hallo? Ich danke dir für die Invitation zu deinem Camp. Es ist, um... Well-appointed. Nicht zu großartig. Perfect für denken. Und ich habe nur das gemacht. Es geht um Wolbrin. Wir wissen, dass er nach Moonrise Towers wurde. Und wir wissen, dass ich ihn retten werde. Der Problem ist das. Eine prepondererung von evidence, dass ich ein terrible adventurer bin. Ja... 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 Ja, ja, mache ich. Das ist... Sehr gut von dir. Danke. Decent, ja. Es ist etwas anderes, das du wissen müsstest. Etwas, das ich nicht mehr ignorieren kann. Ich weiß, dass du über den Gnomes' Pursuit von Rune-Powder gelernt hast. Aber wirst du wissen, was es wirklich ist? Sprengstoff? Der Stoff aus dem Mythen sind... Wir warten von den brutalsten Sprengstoffen der Welt. Das Myth... Has come to life. The Iron Hand Gnomes... Have proven the impossible. Rune-Powder is real. And they have it in their possession. Hmm... Destruction. The only thing it's good for. A destruction of what? Well... I'm hoping Wilbron will be able to tell us. I shouldn't have let him drift away. Shouldn't have let that lot get their claws into him. Now, more than ever, I need to find him. We need to find him. He's the only one I might be able to speak to sensibly. Hmm? Hmm... I don't know if we have survived the turms. We should follow the gnomes that went to Baldos. Well... What can you tell me about the turms? Let's see. I haven't been there myself. The area around it is, well... Cursed. Terrifyingly so. I did hear something interesting though. There are shades that plague the path to the towers. Shades that fear not steel, but light. Dwergar who mentioned it sounded truly traumatized. It's almost a music. I'd kiss you, but neither of us deserve that. Thank you. Like what? Alchemist? Tinkerer? Adventurer? Curmudgeon? I wear many hats. Most with great enthusiasm. Thank you for noticing. Barker's Root is my name. Boulder's Gate is my home. Back in the city, I offered my expertise to the highest bidder. I was quite popular too. I'm not picky about my customers. I suppose I... I suppose I'd be very, very sad. Then, after a while, I'd find whoever killed him and put a smoke powder bomb in their trousers. Good plan, good plan, good plan. Don't waste the step. The lady of sorrows guide us. Did you want something? No. Alcine, have you anything to tell? You wish to speak? Mhm. But you have nothing to tell me. Okay. With Will, I don't want to talk. So, we have to leave for the night wieder einen rausschmeißen. Meas mal Astarion aus. Oh, hello! What can I do for you? Ja, ja. Oh darling, I'm hot... I guess I'll... It sounds all... So, ehm... Gekürzelte Notizen. Hezesack. Ich glaube, man fährt, glaube ich, ganz gut damit, wenn man diese Scheiße einfach hier alle da lässt und dann die Sachen, die man findet, rüberschiebt, weil das ist echt nervig, dieses Ein-Aus-Ein-Aus-Ein-Aus. Ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. So. Ähm. Ablativ-Lebenspunkte Hansel. Ah, er hat auch ein bisschen gelitten, aber nicht so viel, wie ich dachte. So, dann legen wir am Ende nochmal den Kart. Irgendeiner was zu erzählen. Sieht nicht danach aus. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Ist es nicht süß Toll, Shadowheart, super gemacht I'm not chasing after it, if that's what you're thinking So But this ends well No one's stopped me yet Er hat besser Shadowheart was rausgeschmissen Das wären die Wege nicht so lange gewesen This vessel is at thy disposal Do what thou, thou art Seems like a good moment to talk Hello What can I do for you? Lead on Yep, yep, yep So Ich würde sagen, wir machen dann hier einen Cut Und ich bedanke mich bei euch Für's Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss